Aiaa Aloha und Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi vor und Ohren Leute In der letzten Folge haben wir hier stehen geblieben Und jetzt haben wir endlich wieder Ein Lichtshot Leute Wir passen das jetzt noch an Boah Oh ja wir haben neue Sachen ich sehe es Das sieht auch geil aus Das passt nicht Das passt nicht Nehmen wir den da. Sender nehmen wir das auf der anderen Seite. Und? Hm, welche Farbe nehmen wir. So ein rotes wäre auch mal. Ist auch mal was, ne? Yes. Und jetzt schau, dass wir hier wegkommen, irgendwie, ne? Okay. Da ist noch ein Echo. Bedenke, Padawan. Du wählst deinen Kristall nicht. Er wählt dich. Okay, wir müssen hier zurück. Ah, ja, okay, okay. Wir haben ein Lichtschirm. Nice, meditieren. Gut. Ja, jetzt können wir auch noch ganz nach oben, dann auf den Berg. Du, 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 du hast deine Kiste noch versteckt. Wechsle zum 1 geklingen. Ah. L1 zum 4. Auf ein bisschen. Okay. This guy. okay zu viel angst ja ja genau wir werden problemlos gewinnen ja ja da rumnigen da schon keine ahnung wie viele toten von euch das ist ja krass stark mit diesem geteilten lichtschwert kommen noch mehr 4 auf einmal was ja und du bist der letzte okay das ist ja mal nice okay das finde ich aber jetzt gegenteil hat alles nice ne nicht autorisiertes nebelwesen entdeckt untersuche benötige wartung wo ja 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 moment bd kannst du doch die bd auch oh scheiße Yo, Alter, das ist geil. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Au! Alter! Ei, 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 okay. Was hast du da, BD? Ja. Imperium auf Illum. Imperiale Mineral-Operationen konzentrieren sich auf Orte, die die Jedi als Heilig betrachten. Die Zeit ist die Nutzung der Ressourcen eines Planeten für die dunklen und geheimen Ziele des Imperiums. Ich kann die Bestale kaum ansehen nach dem, was wir durchgemacht haben. Wirst du damit fertig, BD? Vier, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein, es wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kalverkasteller. Captain, bereit machen zum Start. Ich habe etwas gesehen, was ich unbedingt haben will. Und das ist... Warum kann ich das nicht? Das wäre so... Oh nein, ich muss zuerst hin lernen. Sprung hin... Okay. Damit wir das nicht sind. Scheiße. Okay. Damit wir das nicht sind. Scheiße. Okay. Trigger. Er entkommt uns ständig. Er hat Schaden erliffen. Ich bin der Habe nicht mehr sehen. Ich bin der Habe nicht mehr gesehen. Ich bin der Habe nicht mehr gesehen. Digga. Vorsichtig. Schöpf dich endlich. Jörg. Sky. cision. Warum? Du sollst nicht den dort oben sein. Seid! Komm! Ja, blocken! Was denkst du? Okay, wir müssen hier raus, ne? Wir müssen hier weg. Nice! Ah, da war auch noch einer. Ja, moin. Egal! Wir müssen hier weg. Au! Enttäusch mich nicht! Komm! Alter! Jo, okay, das ist geil. Was für ein Gefühl zu bluten. Kannst du eigentlich nur auf... Alter! Eine würdige Herzen zu früh. Hier, freeze! Das! Oh, alter Schwede! Was ist mit der Maschine? Ich bin schädchen. 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 gut und du kannst jetzt auch alter gut du und was denkst du dir eigentlich wer du bist ne hier weg mit dir wir sind versteckt aber der sturm zieht ab bald ist unsere deckung weg jetzt müssen wir schnell machen wir müssen hier aus dem tempel raus leute was geht ab das krasse gut ich bin froh dass wir wieder ein lichtschwert haben jetzt mal ehrlich das geht und dass man geteilt nicht das ist ihre schlüsselung ist gehackt ich störe ihre nachrichten aber das geht nicht lange gut vielleicht gewinnen wir so zeit wir sind überall sturmtruppen elum war unser planet kerl das dürfen wir nicht sein gut jetzt müssen wir nicht so schnell wie möglich irgendwie raus komisch wat de fack integriert gefärdet bestätiget na es wird zu gut ab bleib bitte unten wk Was willst du, Junge? Gut Raus hier Ja klar bewege ich mich, was denkst du dir? Oh, alter, okay, das ist krasser, das ist jetzt okay Mist Mist Zwei von denen Alter, okay, das, das ist krank Mit zwei Stück Oh, ich dachte, ich kann den zurückschicken Ah, scheisse, Mann Oh, nein, ganz schlecht, oh, scheisse Vega Aiii-ia Oh, tiga du bist gleich da und das weiss ich komm alter jetzt alter leg mich doch alter ganz ehrlich was ist jetzt das schöne scheisse schlag doch zu mal kommt ah alter hasse die Yo Gut. Eieiei, Leute, Leute, Leute. Moment, das ist immens. Das will ich jetzt gerade noch nicht. Warte kurz. Ich will noch mal hochklettern. Moment, wo... Ah, dort. Ja. Neues Puncho. Gut. Und jetzt wieder runter. Uh, uh, uh. Ich glaube, ich geh zuerst hier rüber, ne? Ich glaube, das... Eieiei. Kommt das gut, wenn ich das hier nochmal mache. Okay. Aber so kommst du am schnellsten runter, ne? Gut. Okay, let's go up zur Mentis, Mentis. Aber endlich haben wir wieder ein Lichtschöne. Das geht. Tatoier. Willkommen. Der Sturm hat sich auch gelegt, ne? Moment, was ist hier? Aha, da ist noch was. Ein Echo noch. Ja, Mann. Maximal Macht erhöht. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Oh, geil. Wir können klug ein. Gut. Und jetzt, weg hier. Wir kommen. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracker war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rad der Jedi zu stürmen. Moment. Ah, sorry. Ah, sorry. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Gleich, Karl. Bitte. Okay. Dass wir eigentlich noch keine Samen gefunden haben. Irgendwie. Datoier, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Gut. Ab zurück nach Datum. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ja. Juhu. Das ist mir. Ai, ai, ai. Alles wird gut. Alles wird gut. Gibt's wetten darauf welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr tote? Riesenspinnen? Killer pflanzen? Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haktionbrot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Gut bei der Grease? Ich brauche eine Sekunde. Okay, leider. Ich muss kurz das schauen. Haben wir jetzt eigentlich? Jo, wir haben alle Farben. Magenta sind gelb. Oh. Jo, okay. Das sieht noch geiler aus, ne? Alle Richtschafter fahren. Wie geil. Okay, Leute. Wir haben eine Mission, ne? Cordova hat einiges riskiert, um diese alten Kulturen zu studieren. Er wusste, wie wichtig die Lektionen der Vergangenheit sind. Meister T'Pol, er war anders. Er hat nie was anderes als Jedi-Lehren studiert. Aber wusste viel über Strategie und Kampf. Mein Meister war kein wilder Kämpfer wie deiner, aber er hat mich Mut gelehrt. Ich hatte nie Angst vor der Gefahr. Meister T'Pol lehrte mich Mut durch strenge Disziplin. Jeder Meister bildet seinen Padawan auf seine Art aus. Cordova ermutigte mich, alles zu erkunden und stets meine Umwelt in Frage zu stellen. Er hat euch wohl vertraut. Oder er war einfach nur blind. Denn mit der Zeit entwickelte ich andere Interessen. Ich sammelte Erfahrungen, Freundschaften, entdeckte die Musik, begeisterte mich für alles Neue. Ich kann mich dadurch besser an alles anpassen. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Cal. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich glaube, ich schaffe das. Cal, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Grease ist ein Geil. Okay, Leute, gut. Oh, nee, nee, dort warten sie schon, ne? Okay, Leute, nächste Folge machen wir hier weiter. Und dann will ich sagen, was diese Folge noch gefallen hat. Daumen hoch, lass ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.